So, hallo aus Coburg. Mal wieder ein neues Video. Wir fangen jetzt an, unsere Lieferanten vorzustellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und heute wäre es an, die Sattelerei DAX in Nürnberg. Die werden wir noch mal erleben, wenn dieses Fahrzeug dann etwas weiter fortgeschritten ist. Das ist jetzt bei uns in der Endmontage. Wir sind mit der Endmontage soweit fertig bei diesem 190 SL, dass eigentlich technisch alles montiert ist. Der Sattler hat die Vorarbeiten gemacht, die wir gebraucht haben, um zu diesem Montagezustand zu kommen. Und das Fahrzeug kommt jetzt die nächsten Tage zum Sattler, um komplett innen ausgestattet zu werden und auch ein neues verdeckt zu bekommen. Wir sind Klassiker-Restaurierung Bayer hier in Coburg und beschäftigen uns schwerpunktmäßig in der Restaurierung von Alfa Romeo und Mercedes-Benz-Fahrzeugen der 50er bis 80er Jahre. Mein Name ist Anja Kliese. Klassiker-Restaurierung Bayer Bei Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.